Der gesunde Löffel steigert euer und mein Wohlbefinden. Racing am Limit. Extra Nahrung fürs Herz, Leber, Nervensystem, eure Psyche, euer Immunsystem, eure Haut und in der stressigen Zeit vor uns der Tage gegen die Müdigkeit. H&N NUWA GmbH macht es möglich. Nehmt einen Messlöffel am Tag in 100ml Wasser, muss natürlich mal einen Löffel auch dazunehmen, ein bisschen umrühren und ihr werdet merken, wie eure Leistung sich in kürzester Zeit sehr stark steigert. Ich nehme seit einiger Zeit und wie ihr seht, habe ich eine sehr große Punkteausbeute. Probiert es selber.